Hoi miteinander, heute möchte ich gern ein Joghurt kaufen und ich habe herausgefunden das kostet 1 Franken 70 und hier habe ich ein 50 Rappenstück, dann habe ich hier 20 Rappenstücke oder Svensker, ich habe hier 10 Rappenstücke oder 10er und 5 Rappenstücke und dann fange ich an zu zählen also 50 Rappen plus 20 das ist 70, 70 plus 20 ist 90 und 90 plus 20 1 Franken 10 und hier 10er Rappen also 1 Franken 20, 1 Franken 30, 1 Franken 40, 1 Franken 50, 1 Franken 60 und 1 Franken 65 und 1 Franken 70, voilà!